Hallo ihr Lieben, ich bin Juliane, von den meisten auch Heidi genannt und einige von euch kennen vielleicht meinen Blog Kula Lu Kreatives für Kinder. Kula Lu gibt es jetzt auch in Bild und Ton, denn wir haben passend zu unseren ersten E-Books auch eine Videoanleitung für die beiden Eulen Kula und Lu gedreht. Da Kula und Lu von der Größe her zwar ziemlich unterschiedlich sind, aber die einzelnen Arbeitsschritte an sich sich sehr stark ähneln, werden wir in diesem Video beide Eulen nähen. Ich zeige euch die meisten Arbeitsschritte an dem Eulenkissen Kula und dort wo es nötig ist, gehe ich nochmal speziell auf den kleinen Lu ein. Wenn ihr absolute Nähanfänger seid, würde ich euch raten mit dem Eulenkissen zu beginnen, weil die Schnittteile einfach relativ groß sind und deshalb beispielsweise Kurven einfacher zu nähen sind. Das Schnittmuster für die Eulen findet ihr unter diesem Link. Die Kapitel dieses Videos sind genauso unterteilt wie in den E-Books, so dass ihr parallel auch noch mal alles nachlesen könnt. Das heißt, wir werden in diesem Video zusammen folgende Kapitel durchgehen. Zuerst werden wir Bauch und Kopf zusammennähen, dann applizieren wir das Gesicht, danach kommt die Namensapplikation auf den Bauch der Kula-Eule, dann nähen wir die Rückenpartien zusammen, nähen Flügel und Füße und zum Schluss nähen wir Vorder- und Rückseite zusammen und stopfen unsere Eule aus. Und damit kann es jetzt losgehen. Viel Spaß! Zunächst gehen wir gemeinsam die benötigten Materialien durch. Als erstes braucht ihr verschiedene Stoffe für den Körper der Eule. Ich arbeite gerade bei Plüschtieren und Kissen besonders gerne mit Strickfrottee oder aber mit Niki-Stoff, weil dieser schön weich ist und sich durch seine Elastizität richtig gut stopfen lässt. Allerdings ist das Nähen mit Niki auch ein bisschen anspruchsvoller, weil er sich durch seine Elastizität beim Nähen verziehen kann. Falls ihr also richtige Nähanfänger seid, dann würde ich euch raten, lieber mit einem nicht-elastischen Stoff zu beginnen. Ich habe mich bei meiner Kula für folgende Stoffe entschieden. Braunen Niki-Stoff für Körper, Kopf und Po, rosafarbenen Niki für den Bauch, Niki in Orange für Füße und Schnabel und auch für Gesicht und Bäckchen habe ich Niki gewählt. Die Flügel sind aus einem Baumwollstoff mit gelben Vichy-Karos. Bei der großen Eule gibt es außerdem auf dem Bauch genug Platz, um einen Namen darauf zu applizieren. Dafür benötigt ihr noch verschiedene Stoffreste, so circa 5 x 5 cm pro Buchstabe. Ansonsten braucht ihr noch Flisofix, Füllwatte, Stickgarn für die Augen und farblich passendes Nähgarn zum Applizieren des Gesichtes. Als Hilfsmittel zum Nähen benötigt ihr außerdem eine Nähmaschine, Näh- und Stecknadeln, eine Schere, Trickmarker oder Schneiderkreide und ein Bügeleisen. Um die einzelnen Teile zuzuschneiden benötigt ihr das ausgedruckte Schnittmuster des E-Books. Falls euer Drucker randlos drucken kann, dann würde ich diese Option beim Ausdrucken wählen. Ansonsten werden eure Eulen ein kleines bisschen kleiner als meine, aber das macht eigentlich nur wenige Zentimeter aus. Wenn ihr das Schnittmuster ausgedruckt habt, könnt ihr die Vorlagen entlang der aufgezeichneten Linien ausschneiden. Ich klebe mir das Schnittmuster allerdings vorher noch auf dickere Pappe, so lässt sich das Ganze besser auf den Stoff übertragen. Bei den Rückenteilen des Eulenkissens müsst ihr etwas aufpassen, denn hier werden die Vorlagenteile an den entsprechenden Markierungen zusammengeklebt. So, jetzt habe ich alle Vorlagenteile soweit zugeschnitten, jetzt können wir das Ganze auf die Stoffe übertragen. Beim Rücken müsst ihr einen der beiden Zuschnitte spiegelverkehrt anlegen, da die beiden Teile später rechts auf rechts aufeinander gelegt und in der Mitte zusammengenäht werden. Bei den Füßen und Flügeln ist es ähnlich wie beim Rücken. Hier müsst ihr zwei von vier Teilen spiegelverkehrt zuschneiden. Da es aber für die Füße und für die Flügel keine weiteren Markierungen gibt und die einfach nur zusammengenäht werden, könnt ihr dafür den Stoff einfach doppelt legen und den Umriss nur auf eine der beiden Seiten übertragen. Damit nichts verrutschen kann, steckt ihr das Ganze noch mit ein paar Stecknadeln fest. Ansonsten gibt es noch eine Besonderheit beim Kopf und Bauch der Kulle. Und zwar müsst ihr die Vorlage hier im Stoffbruch aufzeichnen. Das heißt, ihr faltet den Stoff so, dass ihr eine gerade Kante entlang der Strichrichtung bekommt und legt die Stoffbruchkante der Vorlage genau an die Kante des Stoffes. Jetzt könnt ihr den Umriss wie bei den anderen Teilen auch nachzeichnen und den Kopf ausschneiden. Falls ihr nicht ganz so geübt seid mit dem Nähen, dann zeichnet euch die Vorlage auf dem Kopf einfach nochmal auf der anderen Seite nach. So habt ihr alle Markierungen und auch die Linie, auf der wir später nähen werden. Generell solltet ihr bei allen Teilen eine Nahtzugabe von einem Zentimeter machen. Die einzige Ausnahme sind die Wendeöffnungen von Füßen und Flügeln, denn hier brauchen wir eine extra Nahtzugabe von 1,5 Zentimeter. Wir werden diese später nutzen, um die Wendeöffnung zu verschließen und außerdem lässt sich das Ganze so beim Einnähen ein bisschen besser greifen. Wenn ihr alles soweit zugeschnitten habt, dann solltet ihr folgende Stoffteile für die Kulle haben. Und für den Lou sieht das Ganze dann so aus. Und jetzt heißt es ran an die Nähmaschine. Und zwar werden wir als allererstes Kopf und Bauchteil der Eule zusammennähen. Dafür stecke ich mir die beiden Teile zuerst mittig aufeinander. Ich beginne damit, die beiden Mittelpunkte aufeinander zu legen. Ihr habt dafür auf beiden Stoffteilen eine Markierung, die ihr als Anhaltspunkt nehmen könnt. Fixiert die Mittelpunkte dann mit einer Nadel. Danach arbeite ich mich mit dem Feststecken vom Mittelpunkt nach außen vor. So lässt sich die Rundung gut formen. Bei der Kleineule ist das Ganze ein kleines bisschen kniffliger, weil die Rundung hier sehr viel steiler ist. Aber wenn ihr euch auch von innen nach außen vorarbeitet, dann sollte das auch beim Lou ganz gut klappen. Die Stoffteile könnt ihr nun mit der Nähmaschine zusammennähen. Da es sich bei der Eule um ein Produkt für Kinder handelt, solltet ihr dabei unbedingt auf die Reißfestigkeit eurer Nähte achten. Zum einen sollte das verwendete Garn reißfest sein. Und das Garn darf auf keinen Fall zu alt sein, denn ausgetrocknetes Garn reißt sehr viel schneller. Die zweite Sache, auf die ihr achten könnt, ist die Stichlänge. Je kürzer ihr die Stichlänge wählt, desto strapazierfähiger wird die Naht. Achtet beim Nähen darauf, dass ihr den restlichen Stoff immer schön von der Naht fernhaltet und nicht aus Versehen ein Stück Stoff vom Kopf oder Bauch mit festnäht. Nach dem Zusammennähen bügelt ihr die Nahtzugaben noch um, damit ihr eine schöne Kante erhaltet. Beim Lou habe ich beide Nahtzugaben nach oben gebügelt, da dies durch die steile Kurve vom vorn einfach am besten aussieht. Als nächstes applizieren wir das Gesicht der Eule. Ich mache das mit Flisofix und einem Zickzackstich, mit dem ich das aufgebügelte Stoffteil umrande. Falls ihr euch das Applizieren mit der Nähmaschine nicht zurecht zutraut, könnt ihr stattdessen auch Filz verwenden und das aufgebügelte Filzteil mit einem Knopflochstich umranden. Ich will euch heute aber zeigen, wie ihr mit der Nähmaschine eine Applikation macht. Vielleicht erfordert das ein wenig Übung, aber mit ein paar Tipps und Tricks bekommt ihr hier sicher auch ein tolles Ergebnis hin. Wir starten, indem wir die Vorlage auf das Flisofix übertragen. Dazu lege ich das Flisofix mit der rauen Seite nach unten auf die Vorlage und pause diese mit einem Bleistift durch. Übertragt auch die Markierungen, damit ihr die Stoffteile später genau positionieren könnt. Das Ganze wird nun mit dem Bügeleisen auf die vorbereiteten Stoffstückchen aufgebügelt. Dazu legt ihr das Flisofix mit der rauen Seite auf die linke Seite des Stoffes und bügelt es mit ein bisschen Druck ein paar Sekunden lang an. Wenn die Stoffstückchen abgekühlt sind, kann man die Gesichtsteile entlang der vorgezeichneten Linie ausschneiden. Übertragt nun die Markierungen mit einem Trickmarker auf die rechte Seite des Stoffes und zieht dann das Trägerpapier von den einzelnen Stoffteilen ab. Nun kann das Gesicht auf die ollen Vorderseite aufgebügelt werden. Dazu positioniere ich das Gesicht mit der beschichteten Seite nach unten auf dem Stoff. Das Gesicht sollte dabei mittig liegen und die Bauchnaht um circa ein Zentimeter überlappen. Nun bügle ich das Stoffteil mit dem Bügeleisen fest. Als nächstes kommt der Schnabel dran. Legt ihn so auf das bereits aufgebügelte Gesicht, dass die Markierungen links und rechts genau an der unteren Kante des Gesichtes liegen. Dann wird der Schnabel ebenfalls fest gebügelt. Das gleiche macht ihr nur noch für die Bäckchen und dann ist die Bügelarbeit zumindest für das Eulengesicht für heute erledigt. Um die Applikation zu fixieren, umranden wir nun alle Kanten mit einem Zickzackstich. Testet dafür am besten vorher Stichlänge und Stichbreite auf einem Stoffrest. So könnt ihr auch die optimale Fadenspannung ausprobieren, da diese je nach verwendetem Stoff variieren kann. Wenn sich der Stoff beim Probenähen stark verzieht, könnt ihr ein Vlies auf die Rückseite von Kopf und Bauch auflegen, damit sich der Stoff ein wenig stabilisiert. Ich beginne jetzt mit dem Nähen des Gesichtes. Dazu noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr das Garn immer in der gleichen Farbe wählt wie den Stoff, kann man damit super kleine Unsauberkeiten beim Nähen kaschieren. Aber nun zurück zur Zickzacknaht. Ich setze die Nadel dazu an der Kante von Gesicht und Schnabel an. Von hier aus umrande ich das komplette Gesicht einmal, bis ich auf der anderen Seite beim Schnabel wieder ankomme. Das gleiche machen wir nun mit Schnabel und Bäckchen. Beim Lou ist das Umranden von Bäckchen und Schnabel ein klein bisschen schwieriger, da die Rundungen kleiner sind als bei der Kula-Eule. Hier behelfe ich mir mit einer einfachen Technik. Ich setze die Nadel an der Rundung an und nähe vier Stiche. Dann sitzt die Nadel wieder außen an der Kante. Nun hebe ich den Nähfuß bei gesenkter Nadel und drehe den Stoff ein kleines Stück nach links. Und nun wieder vier Stiche nähen. Wieder drehen und vier Stiche nähen. Diese Bewegung wiederholt ihr, bis ihr am Anfang der Naht rausgekommen seid. Durch die Drehbewegung bekommt ihr auch bei kleinen Kurven eine schöne, saubere Naht hin. Zum Schluss ziehe ich die Fadenenden mit einer Nadel auf die Stoffrückseite durch und verknote sie mit dem Unterfaden. Die Applikation ist damit fertig. Unserem Eulengesicht fehlen nun nur noch die Augen. Diese zeichne ich vor dem Aufstecken mit einem Trickmarker vor. Ich habe dazu aus der Papiervorlage die Linien der Augen ausgeschnitten. Jetzt kann ich die Vorlage auf meinen Stoff auflegen und durch die Lücken die Augen aufzeichnen. Zum Besticken verwende ich einen Rück- bzw. Steppstich, weil dadurch eine durchgezogene Linie entsteht. Beim kleinen Lou sind die Augen etwas anders. Hier formt ihr den Kreis durch mehrere nebeneinander gesetzte Geradstiche. Die Gesichter unserer beiden Eulen sind fertig. Nun widmen wir uns den Namen auf dem Bauch der großen Kula-Eule. Die Buchstaben dazu werden genauso appliziert wie das Gesicht der Eule. Als erstes zeichnet ihr die Buchstaben auf das Flisofix auf. Dann bügelt ihr das Flisofix auf eure vorbereiteten Stoffstückchen auf. Nach dem Abkühlen schneidet ihr die Buchstaben entlang der aufgezeichneten Linie aus und entfernt das Trägerpapier. Dann positioniert ihr die Buchstaben auf dem Bauch und bügelt sie fest. Zum Schluss umrandet ihr die Kanten mit einem Zickzackstich und zieht die Fadenenden zum Verknoten auf die Rückseite des Stoffes durch. Damit ist nun auch die Vorderseite unserer Kula fertig. Weiter geht es mit der Rückenpartie. Für die Rückenteile legen wir zunächst die beiden Stoffteile rechts auf rechts zusammen und stecken diese mit ein paar Nadeln fest. Nun können wir die Rückenteile zusammennähen. Achtet beim Nähen darauf, dass ihr die markierte Wendeöffnung auslasst. Jetzt fehlt noch der Po. Wir stecken diesen zunächst am unteren Rücken fest. Geht dabei am besten genauso vor wie bei Kopf und Bauch. Zuerst legt ihr den hinteren Mittelpunkt des Pos genau auf die mittlere Rückennaht. Dann steckt ihr diesen Punkt mit einer Nadel fest. Nun arbeitet ihr euch von innen nach außen vor, bis ihr mit den äußeren Ecken des Pos an den mit A gekennzeichneten Markierungen der Rückenteile ankommt. Wenn ihr den Po gut festgesteckt habt, könnt ihr ihn mit der Nähmaschine annähen. Beim Lou funktioniert das Annähen des Pos genauso wie bei der Kula-Eule. Für die beiden Eulen müssten die fertig genähten Rückenpartien dann so aussehen. Um unsere Eule zusammen zu nähen, fehlen uns nun noch die Gliedmaßen. Hierzu haben wir bereits beim Zuschnitt immer zwei Stoffstückchen aufeinander gelegt und die Vorlage auf eine der beiden Seiten übertragen. Nun nähen wir diese Stoffstückchen entlang der aufgezeichneten Linie zusammen. Dabei verlängeln wir die Naht links und rechts der Wendeöffnung bis zum Ende der extra Nahtzugabe. Vor dem Wenden schneiden wir nun die extra Nahtzugabe ein. Bei Außenrundungen schneidet man kleine Dreiecke in die Nahtzugabe. Bei Ecken nach innen wie hier zwischen den Fußzehen schneidet ihr die Nahtzugabe bis kurz vor die Naht ein. Wenn ihr das bei allen Füßchen und Flügeln gemacht habt, könnt ihr die Stoffteile wenden und mit Füllwatte ausstopfen. Die Wendeöffnung verschließen wir nun noch mit einer einfachen Naht ca. 0,5 cm neben der äußeren Kante. Damit wollen wir verhindern, dass beispielsweise im Falle des Ausreißens eines Füßchens Füllwatte nach außen dringen und verschluckt werden kann. Wenn ihr Flügel und Füße für die Kula bzw. die beiden Füßchen für den Lu fertig genäht habt, können wir unsere Eule nun zusammennähen. Zunächst stecken wir dafür die Füße und die Flügel bzw. beim Lu nur die Füße an der Eulenvorderseite fest. Nutzt dazu die aufgezeichneten Ansatzmarkierungen. Sind die Gliedmaßen festgesteckt, lege ich die Rückenpartie passgenau auf die Eulenvorderseite. Dann stecke ich die beiden Stoffteile zunächst an den wichtigsten Markierungen zusammen. Zuerst hier am oberen Mittelpunkt vom Kopf, der genau auf der Rückennaht liegen sollte. Dann den unteren Mittelpunkt vom Bauch und die vordere Mitte des Pos. Und zum Schluss die Po-Ecken und die beiden Armmarkierungen auf dem Bauch. Nun könnt ihr den Rest ebenfalls mit Stecknadeln auffüllen. Jetzt wird alles zusammengenäht. Eine Wendeöffnung braucht ihr nicht zu lassen, denn dafür haben wir ja die Öffnung in der mittleren Rückennaht. Bevor wir uns dem Wenden widmen, gibt es noch einen kleinen Hinweis zur Reißfestigkeit eurer Eule. Besonders kleine Kinder lieben es, an abstehenden Teilen wie den Füßen zu ziehen, da sie diese einfach besonders gut greifen können. Deshalb solltet ihr an solchen Stellen mit einer Sicherheitsnaht nochmal für extra Stabilität sorgen. Man benutzt dazu einen sogenannten Dreifachstich. Mit diesem Stich entsteht eine besonders feste Geradstichnaht, weil hier drei Fäden nebeneinander laufen. Falls eure Nähmaschine keinen solchen Stich parat hat, könnt ihr eure Stellen auch mit drei eng nebeneinander gesetzten Geradstichen sichern. Jetzt habe ich alle Fuß- und Flügelansätze gesichert. Nun können wir unsere Eule wenden. Zum Schluss verschließen wir die Wendeöffnung noch mit einem Matratzenstich. Wichtig ist, dass diese Naht wirklich richtig gut hält und keine Füllwatte nach außen dringen kann. Ich nehme deshalb immer einen doppelten Faden und nähe die Naht insgesamt dreimal. Und damit sind unsere beiden Eulen, Kula und Lunon fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich bin schon ganz gespannt darauf, eure Werke und eigenen Kreationen zu sehen. Also schickt mir auf jeden Fall eure Fotos oder postet sie auf unsere Facebook-Pinnwand. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Post. Bis bald, eure Heidi.